...zum Opfer zu fallen. Sonic kommt in super... ...koppel-möcklicher Marshmallows hoch genug. Zwei Plattformen, die mir nichts bringt. Und eine Säpferkeit kann man gebrauchen, immer wieder. Richtig, muss überleben. Wir nehmen den lecklichen Marshmallows. Hoch. Immer noch hoch. Ha, aber sie siegt. Ihr dürft ja nicht sparsam sein. Ey, ihr müsst hier sparsam sein. Sorry. Ja. Mehr Ringe. Warum werden die hier so selten? Das ist unfair. Aber dass es hier keine Ringe gibt, ist auch unfair. Ja. Äh, was? Oh, mein Leben. Das sammeln ja. Gerne. Da. Da. Also was im Hack mit Shadow... ...doch keine Einbildung. Ja. Das Leben gibt es hier. Das Leben gibt es hier. Jetzt sind wir wieder. Normal. Jetzt sind wir wieder. Leck mich am Arschmodus. Vorbei. Hey. Ich brauche wieder 50 Ringe, um ihn zu aktivieren. Wenn ich die kriegen werde, ist fraglich. Der Leben ist nicht mehr sehr lang. Da. 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 Seht ihr? Hey. Mal wieder mit Ringen im Ziel angekommen. Da. Mein Tropfen ist doch ein Ei. Oh. Oh. Dich kenn ich noch. Oh. 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 Rengesuche. Ich mach schneller durch, die kann ich explodieren, nämlich. Ah, ja, Ambien sind noch guter Weg. Nein! Ich hab noch ungesagt. Warum haben die mich getroffen, das find ich nicht fair. Schon wieder mehr als 10 Ringe, ist das nicht lobenswert? Warte, Ambien konnte man natürlich nicht schocken. Ich kann mich nur auf die Idee, dass man da springen könnte. Nein, nein! Hier noch. Da waren Ringe! Ich hab schon 32 Ringe, das ist doch. Das ist wert, oder? Ah. Nein, das... Ich komm mich nur auf die Idee. Nein, das ist natürlich nix wert. Man kann sie doch sofort wieder verlieren. Diese Viecher jagen einem jedes Mal den Schaden. Nein. Jetzt kann ich wieder die Scheiße hier. Nein! Nein! Guck mal, wie ich das noch verdient. Möchte übermütig werden. Ha! Ein bisschen Übungen aus dem letzten Race hab ich anscheinend noch. Ich brauch Ringe. Dringendst. Da sind Ringe! Da sind Ringe! Da sind Ringe! Halleluja. Ich hätte mich ruhig etwas näher dran bringen können. Der klappt mir wieder alle. Aber wenigstens hab ich einen wieder auf. Einen hab ich! Ich hasse die Viecher. Habe mich nicht gesehen. Die hat mich verlieren. Lange mir den Ringe wieder ein. Titt! Vollidiot! Du Vollpfosten! Oh, hier ist keiner. Ich hätte schon gedacht, da wäre wieder einer. Ein ganz bestimmter. Tja! Zoom, Baby! Booyah! Ich hab's geschafft! Ich bin mein Boss! Ich bin mein Boss! So, ich warte mal ganz fein, bis du mit deiner kleinen Tour fertig bist. Ey, du Arschgesicht! Kleine Hunde-Sohn! Das soll das auch beim Timing sein, bei dem hier oben ja. Ring! Egal, der hat nur noch zwei. Was? Och, Mann. Eine. So weit ist auch gereicht. Beim Let's Race hab ich dauernd den Fehler gemacht und bin hier runtergerannt. Ungesin im Plan. Diesmal ist das anders. Ich hab's ja allerdings auch Tails die ganze Arbeit machen lassen. Dann brauchen wir ihn hier umzuärgern. Einmal. Muha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Du wuchst als mein Partner mit unendlichem Leben, wenn man ihn nicht benutzt. tot du musst gar nicht lange warten springt einfach drin jetzt wird er automatisch mitgezogen ok, jetzt lebt er wieder ich hab ihn diesmal nicht bewegt er ist von alleine zu mir gekommen Hidden Palace Zone ach du Scheiße es ist ein einziger Grafikfehler ok äh, ich glaub ich betrete den Level mal von hier aus Hidden Palace Zone ist ja toll 1, 2, 1, 6 Skychase ist die Hidden Palace Zone könnte es toller sein nein ich versuch mich einfach mal dran ich weiß nicht ob's klappt das schaut nicht so aus als ob daraus noch was wird ne, ich behende hier die Aufnahme auch die Soundaufnahme daraus lässt sich nichts machen leider ähm ich glaub ich würd mal Sonic World Shop die lange Version hier noch machen und dann mal sehen vielleicht hab ich bis dahin wieder ein Playstation Spiel das ich LP'n kann